hallo und herzlich willkommen bei harz medison hospital heat nichts kann mir meine laune verderben aber es kann mir extrem stressig ergehen wie ich festgestellt habe in den letzten leveln ja wir fangen jetzt heute mit 30 schnell boni an passend zu dem was ich gerade gesagt habe mal schauen was draus wird du bildest dich schon für deinen neuen job fort denn ich wollte nur vorbeischauen und dir hallo sagen wie wäre es wenn ich dich heute abend einlade essen und kino das hört sich toll an aber ich würde dich nie zahlen lassen ich bin schließlich ein gentleman du hast doch schon arrangiert dass wir alle hier im krankenhaus arbeiten können und darüber hinaus noch wo ja mich und meine mutter gerettet das ist das mindeste was ich tun kann ich meine es ist ja eigentlich auch einfach unmöglich dir das jemals im leben zurückzuzahlen gefällt dir dein neuer job es ist nicht das little creek es ist wunderbar ich muss aber in der psychologie abteilung noch viel lernen prima dann sehen wir uns heute abend also irgendwie habe ich jetzt was verpasst oder ich habe was vergessen vom letzten mal ich weiß nicht also wie gesagt ich hatte ja vor zwei folgen oder so mal erwähnt dass ich eine weile nicht gespielt hatte weil ich sehr sauer darüber war dass der einfach abgebrochen hatte bei diesen zähnen wechsel hier zur psychologie habe ich da irgendwas gravierendes verpasst also wieso sind die jetzt zusammen ich meine gut der eine hat ja gesagt dass er schluss macht aber die sind ja trotzdem nicht zusammen gekommen soweit ich mich erinnern kann ich bin gerade ein bisschen verwirrt ich glaube ich muss mir die alten folgen noch mal anschauen gut wir haben jetzt 300 was uns nicht allzu viel weiterbringt was ist das denn hier eigentlich dieses pendel tickt im schnellen rhythmus was die patienten an den tischen beeinflusst und schneller werden lässt hier die das ist gut aber ich weiß nicht ob das gut ist wenn die schneller werden deswegen was ist das okay die am tresen verlieren nicht so schnell ihre herzen das ist sehr gut dann nehme das doch mal so wollen ja nicht dass ihr schneller werdet hallo leute wollt ihr mich jetzt verarschen okay den hatte ich schon gott 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 noch einer zack zack hat er das angenommen zack 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 mal eben schnell dahin jetzt kann ich die hochsetzen so die zwei bücher nach unten dahin dahin zack klangmelodie d f d e c b a c das sehe ich gar nicht richtig das ja war wirklich wunderschön sehr ganz toll dich beruhigen wir dich tun wir rüber dich tun wir runter zack zack hallo nimmst du das zweite auch an ja du sollst dahin gehen genau das das wusa ihr beide könnt tauschen du gehst nach unten du gehst nach oben du gehst nach rechts und einmal die runde durchklicken du nach da danach mal eben schnell fachs gerät du nach da zack 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 keks konnte ich nicht mehr machen war zu schnell so keks ach die haben wir schon beziehungsweise den haben wir schon den typ mit den keks du nach unten das grüne da drauf klicken zack zwischendurch mal abkassieren ähm sie hat das mit dem buch nicht gemacht warum nicht du nach da t du rüber keks zack zack klangmelodie und zack d d f d d d das und das brauchen wir noch ihr geht nach unten beziehungsweise du nach rechts du wolltest auch nach unten da bist du jetzt zu spät für oder ich zu spät ich hab keine ahnung oh mein gott ähm ok das das du nach unten schnell abkassieren du nach unten das du nach oben das das äh das ihr beide könnt tauschen du wieder nach oben du kannst nirgendwo hin du nach unten dann gehst du hoch zack 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 du gehst schon mal nach unten ähm der elefant nach oben das das zack du noch da 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 fax brauchen wir auch noch da du da hin und ich krieg die krise und noch einen keks so dann können wir die jetzt alle der reihenfolge noch abarbeiten mhm du dahin du dahin du kannst nirgendwo hin zack zack hallo du solltest erst sie nehmen das das hätte ich woanders drauf geklickt ihr könnt tauschen zack so kaffee das tun kaffee schon mal weg das das zack zack du gehst nach da oben machen wir da einen von nach da du nach da dann kassieren wir dich in der zwischenzeit ab beziehungsweise euch einmal wusa für alle okay das hat nicht mehr funktioniert a b c eine wunderbare klang äh dingsbringstherapie oh mein gott so das t wusa du gehst runter mhm das 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 dahin du auch dahin zack zack kaffee dahin abrechnen oh Gott das 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 du kannst nach unten du nach oben du dahin ich brauche das blaue ich brauche den oliver 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 da oh der weiß aber wirklich gut versteckt gerade okay abgeben wieso habe ich dieses ding hier drin du dahin zack das 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 du dahin du dahin 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 abkassieren das nehmen wir einmal das nehmen wir zack 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 äh die beiden brauchen wir auch nein das letzte machen wir nicht oh mein gott okay mhm e e f d d okay 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 einmal du dahin zack 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 fachsgerät abkassieren runter zack 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 Ich weiß nicht, wofür ich das jetzt hier drin habe, wenn er das sowieso wieder nicht mehr braucht. Das, das, das. Und dahin. Dahin, dahin, zack. Der braucht jetzt das Fax, wunderbar. Wusa. Wusa. Wusa auch für mich. So. Das, das, das. Dann zu ihr. Nach oben. Schnell abkassieren. Jetzt braucht die das schon wieder. Ja, kassier weiter ab. Komm, komm, komm. Du nach da. Um dich kümmern wir auch ganz schnell. Um dich kümmern wir auch ganz schnell. Ich habe heute ein tolles Deutsch drauf, wenn ich mich schnell um irgendwas kümmern möchte. So, das, das. Ach, ich musste nur sie schnell. Oh nein, oder? Oh nein, oder? Ah, und ich habe gedacht, ich müsste alle schnell bedienen. Aber da sie jetzt da oben steht, befürchte ich das Schlimmste. Ach, na toll. Ja, okay. Herausforderung damit nicht geschafft. Ich hätte es vorher wissen müssen. Naja, gut. Aber wir haben immerhin den Oliver gefunden und wir haben drei Sterne. Das ist für mich persönlich eigentlich sogar noch wichtiger, weil ich damit nämlich kaufen kann. Oh, tut mir leid, ich habe dich gar nicht bemerkt. Das habe ich mir fast gedacht. Du bist, äh, Mason? Es heißt hier, dass du Viktors Sohn bist. Das stimmt. Und nein, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass du etwas Licht in das Dunkel bringen könntest. Du kannst meinen Vater vieler Dinge beschuldigen, aber dass er sich einfach so aus dem Staub macht. Was ist deiner Meinung nach geschehen? Ich weiß es nicht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass mindestens eine Person, die in diesem Feuer war, mehr darüber wissen muss. Ach du Scheiße, diesen Ort da? Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass er auch in diesen Film gehen würde. Mach dir keine Sorgen. Dieser Typ gehört deiner Vergangenheit an. Ich werde hoffentlich Teil deines Lebens hier und jetzt und in der Zukunft sein. Ah. Ich meine ganz ehrlich, wäre schon so blöd und knutscht im Kino rum. Da guckt man einen Film an. Da kann man davor und danach knutschen, aber bestimmt nicht mittendrin. Ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch eine Sache mit und zwar die Oliver-Überdosis. Oh, Scheiße. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Ich bekomme jetzt schon die Krise. Okay. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Nein, 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 nein. Da. Ich wollte gerade sagen, zählt der jetzt auch? Oh, Leute, ernsthaft? Hallo, ich sehe meine eigene Maus nicht mehr mit den ganzen Herzen hier. Was steht denn hier auf dem Stuhl? Das sind doch einfach nur süße Meerschweinchen. Komm, ich muss mich konzentrieren. Oliver, wo bist du? Nein, komm, den hier unten hättet ihr wenigstens noch annehmen können. Mann, ey. 230 Punkte. Ja, mit dem Oliver, den ich hier unten noch angeklickt hatte, bevor das abgelaufen war, wären es jetzt drei Sterne gewesen. Toll. Vielen Dank auch. Ja, da das Ganze jetzt doch so schnell gegangen ist, ähm, beziehungsweise wir sowieso gerade erst das dritte Spiel machen, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann nehmen wir noch den Realitätscheck. Fülle die gesamte Couch nicht auf einmal, äh? Das heißt, ich darf nicht beide Couchen belegen, oder was heißt das jetzt? Ach so, nein, die Couch in der Mitte meinen die wahrscheinlich, ne? Die gelbe. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mir deine Mailbox-Nachricht angehört. Oh. Ja, wie es sich herausgestellt hat, kann man die als Absender nicht mehr löschen. Es war süß. Mir hat noch nie jemand ein Ständchen gesungen. Dein Refrain war vielleicht ein wenig schief. Wie war das noch einmal? Elle, listen, du bist meine Hauptperson. Frauen haben immer etwas zu meckern. Esel. Ein Esel mit einer sehr hübschen Freundin. Hehe. Ah. Äh. Äh. Daniel, ich muss mit dir über diese Tests reden, die du angeordnet hast. Ich kann die Patientenakte nicht finden. Begleite mich. Ich wollte gerade eine Zigarette rauchen gehen. Ähm. Okay. Wir müssen das verschieben. Okay. Wir haben 350. Was ist denn mit dem Bild hier? Inspiriert von diesem wunderschönen Gemälde läuft Alison schneller. Das ist doch perfekt. Das nehmen wir mit. Okay. Schon wieder ein neuer Artikel. Nein. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe so schnell geklickt. Mhm. Ja. Wenn ich das richtig sehe, darf ich nur zwei Leute da sitzen haben. Auf der gelben Couch. Aber keine drei. Ja, ja, ja. Ja, ich habe es nicht. Ich weiß. Ich weiß. Hä? Das war jetzt irgendwie... Ich denke, ich sollte der... Naja, egal. Okay. Couch. Und runter. Oh. Das heißt, ich muss mich immer überwiegend um die kümmern, die auf der Couch sitzen als erstes. So. Muss ich auch aufpassen, dass ich die auch dementsprechend als erstes anklicke. Das ist schon irgendwie... Ja. Okay. Ein Wusa für dich. Eine Gitarre nach oben. Du gehst runter. Du gehst hoch. Noch so ein Spielchen. E, D, A. Einmal Zeitmesser oder sowas. Ähm, okay. Hallo. Kann man das da noch annehmen? Mhm. Das wäre echt gut. Aha. Was ist das denn? Schon wieder schwangeren Ratgeber oder was? So. Er möchte Kinder und schwangeren Ratgeber oder sowas haben. Keine Ahnung. So. Das. Das. Und dann können wir die direkt mal... Da die jetzt alle auf der Couch wollen, müssen die sich jetzt leider ein bisschen gedulden. Die können wir tauschen. so. Fax ist auch angekommen. Aber ich habe eins drin, sehe ich gerade. Also ist das nicht so schlimm? Die können getauscht werden. Äh, die kann nicht getauscht werden. Aber er kann nach unten. Zack. Zack, zack. Okay, er kommt runter. Zack. Alle hintereinander, bitte. Ja, Ruse. Ich weiß. Jetzt wollt ihr alle auf die Couch. Das weiß ich auch. Okay, die können tauschen. Jetzt will die natürlich auch auf die Couch. So. Ähm, die wollen beide noch da. Das ist gut. Dann kommen die beide noch da. Oliver, Oliver, Oliver. So, schnell dahin. Zack, zack, zack. Muss ich aber zwischendurch mal abkassieren hier. Du dahin, du dahin, du dahin. Okay, du kannst runter. Wir können tauschen. Das geht jetzt am schnellsten. Sättel weg einmal. Zack. Du darfst auf die Couch. Zack. Zack, zack. Du noch da. Du auf die Couch. Du nicht. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ähm, DC, D, DC, D. Einmal Fax. So, das einmal. Der geht nach unten. Der kann nach da oben hin. Das war jetzt ein Fehler. Aha. Dann brauche ich die beiden gleich. Die können tauschen. Ah, je, je, je. So, sie auch auf die Couch. Zack, zack. Ach. Ach so, ich hatte das schon. Oh, wieso sagt mir das denn keiner? Du gehst nach unten. Du dahin. Du auf die Couch. Ihr müsst schnell behandelt werden. Ja, schneller, schneller. Und noch da. Ihr beide auf die Couch. Kaffee und Tee. So, schnell behandeln. Du runter. Ihr tauschen. Ach, die muss ich auch endlich mal machen. So. Es war mir klar, dass der jetzt da oben hin will. Aha. So, du nach da. Bei dir müssen wir auch mal gucken. Du kannst auf jeden Fall schon mal runter. Aha. Aha. Du kannst dahin. Ihr könnt tauschen. Aha. Oh je, oh je, oh je. Aha. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. So, das, 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 du runter, zack. Die wollen hier alle hin. Das ist ja... Alles gut, Leute. Alles gut. Ihr kommt gleich dran. Komm, mach weiter. Das ist ja ätzend hier. So. Ihr könnt eben tauschen. Du solltest jetzt schnell dahin. 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 Du runter. Du Couch. Du runter. Du dahin. Äh, das brauche ich für dich. Zack. So. B, C, D, C, B, A. Du, runter. Ihr beide tauschen. Das heißt, einer kann hier noch hin. Jeden erst abkassieren, schnell. So, dann die Bücher. Schnell, 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 bevor die hier abhanden kommt. Die dann beide. Zack. 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 Die beiden können getauscht werden. Sie können da hin. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Zack, zack, zack. Sie geht runter. Ist sie jetzt auch am Gehen? Ja, sie ist am Gehen. Okay, perfekt. Kaffee. 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 Und den Kaffee für sie. Ähm, du noch mal nach da. Und abkassieren. Und abkassieren. Perfekt. Ich weiß jetzt gar nicht. Haben wir den Oliver jetzt gefunden? Ja, wir hatten ihn gefunden. Okay, super. Und drei Sterne und die Herausforderung abgeschlossen. Ich bin froh, dass ihr es einrichten konntet. Natürlich, hier gibt es die besten Sessel und Sofas im ganzen Krankenhaus. Ja, das Queensberry ist nicht gerade dafür bekannt, patientenfreundlich zu sein, in Bezug auf... Nun, allem. Liebes, ich denke, dass die meisten städtischen Krankenhäuser so sind. Wir waren alle ein bisschen vom schönen Little Creek geblendet. Das Little Creek. Wir müssen bis zur Wiedereröffnung einfach das Beste aus der Situation machen. Ich will die Laune ja nicht weiter drücken, aber ich habe alles für den ansteckenden Hauskauf noch einmal durchgerechnet. Das reicht nicht. Wir bräuchten noch einen Anteil einer zusätzlichen Person. Worüber redet ihr? Hm. Hä? Ja, und damit haben wir wieder ein neues Kapitel freigeschaltet. Aber wie immer werden wir das heute nicht mehr in der Folge dran nehmen, sondern, nachdem ich meinen Schluckhoff beseitigt habe, in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.